Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel. Jörg, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das war ein Befehl! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner hat mich belogen! Der Angriff Steiner hat mich belogen! Sogar der Össes! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich bin das Feindlinge! Ich bin das Feindlinge! Verreiter und Versager! Wegelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahre alle Herrn Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert.